Das ist der, mit dem ich schon mal gefangen habe. Ich weiß. Wieso riecht er so komisch? Riecht jetzt nicht mal. Das ist der, das ist jemand. Ach, ich denke, es ist zähig, Kapus gehören durch die Sparkassensprengung. Ja, das ist schon. Ja. Die Meilen auch so. Obwohl, dieses Gebiete macht den Motor. Das fühlt sich ungefähr komisch an. Da hinten. Kannst du gleich mit dem Motor machen. Der Motor ist ganz interessant. Guck mal, du kannst ja ganz heiß sein. Selbst hier, wo ich einfach stand. Das hat er einfach gewaffnet. Das meinte ich. Ich hab's komisch auf Video. Weil der bei der leften Dumpf hat, der einfach nur runter. Okay. Das ist wohl schon komisch an hier zu sitzen. Ja. Das ist wohl schon komisch an hier zu sitzen. Ja. 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 Ich nehme gleich Motor auf. Hm? Scheiße. Leute, guck mal, das Aufzugschild. Guck mal, das Aufzugschild am Fenster. Guck mal, am Fenster. Komm. Oh, scheiße. Ja, komm. Komm auf den Boden. Mensch. Idioten. Der ist eh weiß. Ja. Ich glaube nicht, dass er noch mal einen weißen Anstrich braucht. Sollen wir noch einmal hoch? Und hoch. Jetzt schließen wir jetzt genau das drauf. Soll ich den füllen, du gehst raus und dann gehst du ganz sicher. Ja. Den Treppen kann ich nicht runterlaufen. Ich brauche nicht, dass ich dann mit den Treppen einstürze. Mhm. Aber das Licht ist auch ganz neu, ja. Ja. Die Hände füllen nicht ganz schnell runter. Na. Das hat sich halt irgendwie gefurrt vom Aufzug. Ja. 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 Das muss man weggehen. Das muss man weggehen. Ja. Wie jung er wackelt der. Maschinenraum. Ja. Ja, das ist ein Nesli-Di-O.